so hallo wir haben ein neues tier deck mit den neuen synchron karten beziehungsweise mit den neuen resonator karten und habe ein 50 karten tiergeld deck hier und das ist bisher von gold bis platin ich habe glaube ich ungefähr zehn spiel oder so gemacht relativ ungeschlagen ich habe einmal haben wir geprägt und deswegen verloren gegen sprite aber ansonsten lief das ganze sehr sehr gut was haben wir drin dreimal maxi muss drin sein zusätzlich natürlich vom grab gerufen zweimal und auslöschungsinformant für die maxi ja die gates gleiches gilt für ash habe ich zweimal drin habe ich nur zweimal aber natürlich dreimal reinnehmen dann haben wir einmal angriff synchron wir haben dreimal visions resonator wir haben einmal halfness gibt uns zurück merly da bitte danke sehr wir haben zweimal den revolutions synchron wir haben einmal märchenschweif schnee wir haben einmal gefallener von albas ja branded ist mit drin es ist ein tier synchro branded deck dann haben wir zweimal den obersten mehr mare was praktisch rhino heart of wish bestellt ist dann haben wir einmal tränenklage schieren zweimal tränenklage schieren dann haben wir dreimal rhino heart einmal keldio und einmal modora ich weiß noch nicht ob ich beide schaffler mit drin haben will in der theorie ganz nett aber theoretisch kann man auch nur einen da benutzen deswegen da bin ich noch etwas unschlüssig in der theorie kann man dafür dann zum beispiel eine dritte er spielen hier oder einen zweiten albas dann haben wir einen abgeheuerlichen magnamoth und einen abgeheuerlichen grüßwurm das reicht eigentlich von den abgeheuerlich karten hier mehr brauchen wir nicht die sind hauptsächlich drin damit wir den visions resonator ja spezial beschwören können denn der kommt ja wenn wir ein finsteres monster der stufe 5 oder höher kontrollieren das heißt zum beispiel abgeheuerlich magnamoth abgeheuerlicher druis wurm jetzt keller es würde funktionieren dragostapelia würde funktionieren mirror jade würde funktionieren kaleido hart würde funktionieren und auch dacobel serker der tenji falls er auf dem spielfeld ist aber meistens beschwören wir den damit deswegen ja visions resonator ganz nett zu haben dann haben wir das rudo ermöglicht uns eine 7er synchro aber auch eine elfer synchro für psychic end punisher oder halt für den antiken fäden drache oder den aufsteigenden aufsteiger schnuppen drachen dann haben wir einmal cash tierer fenrier und einmal tränklage cash tierer ringler cash tier er sucht uns die tränklage cash tierer angesucht werden von zum beispiel unserem vierz bell den unterdrücker planet race of und der kann natürlich gesucht werden zum beispiel durch antikaffeendrache ja dann haben wir einmal die tränklage cash tierer die kann sich selbst beschwören indem wir eine tränklage karte verbannen egal zauberfall oder monster oder cash tierer das heißt sie können auch den fenrier aus dem friedhof verband dann haben wir einmal tödrichtes begräbnis einmal verstärkung für die armee damit wir rein suchen können zweimal stimmen sucht uns entweder den angriff synchron oder den revolution synchron und schickt die oberste karte unseres decks auf dem friedhof ganz nett wenn sich der revolution synchron aus dem friedhof wiederbelebt falls wir eine synchro beschwörung gemacht haben in diesem spielzug solange wir ein synchro meister der stufe 7 oder höher kontrollieren so nämlich dann können wir die oberste karte des decks auf dem friedhof legen und diese karte als stufe 1 empfänger als spezial beschwörung beschwören ist ganz nett gibt uns halt zusätzliche karten auf den friedhof dann haben wir einmal tödrichte begebnis beigaben damit können wir unsere elements karten zaubern fallen auf den friedhof schicken die dann wiederum triggern dann talente drei taktiken dreimal zweimal dann einmal markierte fusion einmal dreimal tränen klage graben eine sehr gute karte in diesem format dann einmal den urplanet palerino den wir auch suchen können falls wir den race of auf dem spielfeld haben machen wir den antiken fehlendrachen hoppen den race of und aktivieren dann aus dem der oder holen uns den urplaneten auf die hand und aktivieren ihn dann muss aber natürlich nicht auf unserer seite seien der viel zu den viel spiel den wir poppen wenn unser gegnern viel spiel hat auch nice dann zerstören wir den und können dadurch unseren vielspiel suchen und dann haben wir zweimal tränen klar geschrei einmal feuerrote geier als feuerrote geier auf den friedhof gelegt wird wenn wir uns den visions resonator suchen ne andersrum wenn der visions resonator auf den friedhof gelegt wird können wir feuerrote geier aus dem deck suchen und feuerrote geier kann uns den visions resonator aus dem friedhof auf die hand holen oder aus dem deck auf die hand und der kann dann halt als synchro also als empfänger dienen kann sich spezial beschwören können wir als normal beschwören können wir als discard forder benutzen um zum beispiel eine schirien zu beschwören etc ja dann wie gesagt das anti maxi package mit cold by the grave und auslöschungs informant und zehn klage meter lärm schreitart und sudelkreis wird disruptions und sie haben ja auch ihre effekte wenn sie auf den friedhof gelegt werden im extra deck eine kit keller ist einmal raubpflanze dragostapelia einmal spiegel jade einmal lubberlion lubberlion auch ganz nice weil er uns halt karten von der hand auf den friedhof schicken kann aber achtung wenn wir den effekt aktivieren dann können wir nur noch versions monster von extra deck also für den rest des spielzugs aus dem extra deck beschwören das heißt keine synchros mehr aber mit ihm können wir dann halt wie war das indem das versions material auf von deinem monstern auf dem spielfeld im friedhof oder offen verbanden karten ins deck mischt das heißt falls unsere elements verband sind können wir sie ins deck zurück mischen super nice um dann halt ein billiarde eisklingen drachen zu machen falls unsere kate kelles verband ist oder sowas oder was war noch du kannst eine karte einfach einfluss der stufe 8 oder niedriger als versions beschwerung von einem extra deck aus loberlion ja wir können damit auch unseren ruhi carlos beschwören würde auch gehen fredder plant würde funktionieren also da haben wir auf jeden fall ein paar optionen auch nur erbieren könnten wir damit beschwören dann haben wir einmal ruhi carlos dann haben wir einmal albion der heiligfeuer drache wie machen wir den ganz einfach wir haben das no so ist ein lichthexer monster wenn wir also damit beschwören kommt nicht häufig vor kann man theoretisch rausnehmen aber ich habe ihn jetzt erstmal drin dann haben wir einmal kaleido hart wir haben einmal tresugter tresugter super nice wir haben viele vierer nicht empfänger monster und viele zweier empfänger monster naja wir haben drei davon aber wir haben halt welche besucht da kann die wieder beschwören und dann können wir mit dem entsprechenden zweier empfänger plus tresugter in den visas amritara gehen und amritara sucht uns dann halt eine zauber oder fallen karte die visa star frost erwähnt das kann der vierzberg sein der palle reino das kann trinklage graben sein das kann sudelkreis sein oder halt die anderen die elements karten deswegen sehr nice zu haben dann einmal anti kaffeendrache wie gesagt können wir machen mit revolution synchron aus der hand mit einem stufel vierer wenn ein fehlspiel auf dem spielfeld liegt wenn wir den poppen für einen neuen fehlspiel aus unserem deck und wenn wir ihn mit dem revolution synchron gemacht haben revolution synchron schicken karte vom deck auf den friedhof beschwört sich selber als stufe 1 empfänger haben also stufe 7 nicht stufe 7 synchro nicht empfänger und ein stufe 1 empfänger heißt wir können den kristall flügel synchro drachen machen und der ist eine ziemlich starke karte dann haben wir den aufsteiger schnuppen drachen als wir noch mal den revolution synchron auf der hand haben noch eine 7 beschwörung machen wollen oder halt auch mit es würde auch gehen falls wir es normal passiert aber so gut wie nie dann wenn wir den aufsteiger schnuppen drachen machen der schickt ein monster vom deck auf den friedhof das wäre dann im besten fall unser mensch der schnee denn in diesem spiel zu können wir den effekt des monsters nicht aktivieren dann wird er zu einem stufe 3 empfänger heißt mit einer cashierer karte zum beispiel könnt ihr stufe 10 synchro machen oder mit der stufe 4 karte könnte er einen antiken fehlendrache machen oder mit einer stufe 8 synchro auf dem spielfeld könnte er dann den zwei endbestreifer machen je nachdem und wir haben halt nur für den nächsten spielzug auf dem feld dann haben wir wie gesagt kreis kristall flügel synchro drache so wie es gerade erklärt habe ist es am wahrscheinlichsten dass wir die karte machen dann haben wir noch draco berserker der tenji ist unsere generische stufe 8 der karte können wir eigentlich rausnehmen für was das was wir wollen wir können hier auch den verbarbten genau der verbarbte nein wir wollen den verbarbten das vernarbter rottrachen erzunterwäldler braucht allerdings ein finsternis nicht empfänger monster wäre in dem fall dann halt der abgeheuerliche mecknamurt plus zum beispiel visions resonator dann kann können wir den beschwören und wenn der das spielfeld verlässt ja bräuchten wir eigentlich noch einen rot drachen erzunterwäldler im deck im extra deck um den zu beschwören das heißt sowas wie rb und würde dafür ausfallen weil es man rb nicht hat ist eine möglichkeit ansonsten an hier kann jeder generische achter synchro rein ich finde daco berserker der tenji ist nur eine der besten der generischen achter synchros hier wegen seines disruption effekt und seinen relativ guten field clearing effekt wenn er erst mal der battle phase ist dann haben wir wieder das amritara habe ich gerade erklärt machen wir mit resultat risk da wiederbelebt den angriff synchron oder in visions resonator macht dazu macht ist dann möglich wie das amritara zu beschwören er uns dann eine zauber oder falle aus dem deck sucht die visas star frost erwähnt dann einmal blumen baronen relativ einfach wenn wir ein achter seine achterkarte auf dem spielfeld haben wie daco berserker oder ja draco berserker im ersten fall vision resonator und angriff synchron können da beide dann sich specialen falls er auf dem spielfeld ist generell angriff synchron nur sieben oder live points zahlen und das bestellt er sich und dann können wir eine blumen runde machen ansonsten wäre es auch noch möglich wir normen ein revolutions synchron und haben bereits der stieg der fenrier oder trinklager stieg auf dem spielfeld und können dann so unseren er unsere blumen barone machen ebenfalls möglich wäre es wenn wir einen der beiden gestehrer karten auf dem spielfeld haben plus einen vierer und destruder und friedhof zahlen die hälfte unserer life points ist wurde kommt als drei empfänger weil wir den stufe vierer ausgewählt haben und können so den cash tierer henry er mit gestehrt der cash tierer karte mit fenrier oder mit hinkler cash tierer eine zehner syko machen auch möglich und halt zwei endbestrafer super nice als für eine achterkarte auf dem spielfeld haben und eine vierer wir wählen die vierer aus das trudo halbiert die life points kommt als stufe drei empfänger mit dem achter mit rako beserker der tenji oder auch kristallflüge synchro drache falls man sich entscheidet den zu benutzen dann kann man da den zwei endbestrafer machen und hat gleichzeitig seine life points halbiert oder man macht es halt mit zwei vierer monstern auf dem spielfeld ja wir gucken uns ein replay an und ich kann schon mal spoilern wir sind ziemlich bricht aber es wendet sich doch alles so wie es sein soll gut wir sehen uns im replay so da sind wir im replay wir sind als erster dran und wir sehen unsere hand nicht geil wir haben den unterdrückten planet walesoft das heißt wir können uns eine cash tierer karte auf die hand holen in dem fall fenrier der uns dann die tränenklage sucht aber wir haben keine tränenklage zum verbannen das heißt da hört das schon auf dann haben wir angriff synchron oder angriff synchron auf dem auf der hand könnten wir special in dem wir sie monat live points zahlen haben allerdings keine neue synchron wir haben keine licht und finsteres monster friedhof unser gegner derzeit auch nicht das heißt die abgehäuerlichen beide abgehäuerlichen die wir im deck haben direkt auf der starthand nicht so geil und ja einmal vom grab gerufen für eine disruption mal gucken was wir daraus machen können brave soft aktivieren sucht uns fenrier fenrier sucht uns die in gleiche stirrer und mehr können wir im moment nicht machen ja normal oder setzen halt den angriff synchron und setzen unser vom grab gerufen und hoffen dass wir noch einzug überleben und vielleicht was besseres ziehen und unser gegner licht und finsternis monster spielt er spielt regenbogen kristallungeheuer interessant das hier zu sehen sieht man nicht häufig ich hatte bei dem setup eher an labyrinth gedacht aber ja hier kommt ein lichtmonster auf die hand und auch hier ein lichtmonster das aber direkt verbannt wir spulen das ganze mal ein bisschen vor denn die combo dauert relativ lange und es hört erst mal ein paar karten sollen block wird an der stelle für super gewesen aber haben wir halt nicht was passiert hier es aktiviert sich folgenden effekt falls ein oder mehr kristallungeheuer karten in der zauber und fallen karte gelegt werden selbst während des damage steps warum diese dieser zusatz hier steht keine ahnung wenn da steht nicht während des damage steps okay aber selbst während des damage steps muss man das jetzt explizit noch sagen naja du kannst eine karte wählen die deinen gegner kontrolliert gibt sowohl jene karte als auch diese karte auf die hand zurück er schickt also unseren fernier auf gern zurück allerdings hat sich sein dass da ungeheuer saphir pegasus aktiviert das heißt wir können den effekt von fernia chainen und verbannen auch in seinen pegasus dadurch verdeckt und kriegen fernia zurück auf die hand das ermöglicht uns allerdings jetzt die tränenklage shira zu aktivieren indem wir den fernia von unserer hand verbannen das machen wir auch direkt das triggert den effekt von tränenklage cash tier aber erst nachdem seine kombo hier vorbei ist er schickt nämlich zwei kristallungeheuer saphir pegasus in seine zaubern fallen zone und beschwört kristallungeheuer rubin funkel funkel und darf jetzt all seine kristallungeheuer so viele wie möglich aufs spielfeld holen in die monster zone aber erst gleich aktiviert sich und schickt karten von unserem deck auf den friedhof und es sind leider keine licht und finstern monster für unsere bestials leider es ist stimmen es ist tränenklage sudelkreis und tränenklage meterlern meterlern bringt uns nichts wir haben keine tränenklage monster im friedhof die wir uns der hand hinzufügen können aber sudelkreis sucht uns ein tränenklage monster aus dem deck und das wird sich jetzt auch nach seinen effekten aktivieren beziehungsweise wir trainieren es an seine effekte das ganze löst sich auf und wir suchen uns helfen es in der hoffnung noch bessere milz zu haben ja die elements ist ein gamble deck kann ich mal so ein sehr zufalls basiertes deck wenn wir das richtige sky wenn wir das falsche naja nun er macht einen link beschwörung zu cherubini und wir aktivieren den effekt von abgeheuerlicher durchsurm denn sein rubin karpfunkel ist jetzt im friedhof und das ist ein lichtmonster das heißt wir können es verbannen sollten wir auch tun denn sobald er sieben kristallungeheuer karten mit unterschiedlichen namen auf spielfeld oder friedhof hat kann er den regenbogen drachen beschwören und derzeit hat er den eins hat er zwei hat er drei hat er vier hat er fünf fünf stück und kristallungeheuer regenbogen drache zählt vielleicht auch dazu das wäre der sechste das heißt wir haben hier den siebten verband sehr gut wir haben erstmal verhindert dass der regenbogen drache kommt allerdings schickt er jetzt sein kristallungeheuer amethyst katze auf den friedhof damit dürften es wieder sieben sein allerdings jetzt ich sag gerade viel allerdings also auf seinen effekt cherubini der auf dem spielfeld aktiviert wird dürfen wir helfen es train helfen es kommt gespecialt und schickt drei karten von unserem deck auf den friedhof in dem falle ist es heldeo renklagegram und höre ich der begräbnis freigabe keldio super wenn man es jetzt direkt aktivieren könnte aber bevor er irgendwas macht worauf wir unseren keldio chanen können beschwört er den regenbogen drachen hätten hätte er irgendwas anderes aktiviert hätten wir seine drei kristallungeheuer hier ins deck zurück mischen können und das hätte ihn ziemlich gestört na ja konnten wir nicht machen leider jetzt aktivieren wir es schicken seinen kristallungeheuer ins deck zurück falls er zweiten regenbogen drache hat aber er benutzt sein regenbogen drache als material für den regenbogen overdrive regenbogen über drache und wir aktivieren den effekt von magnamut und verbannen zuerst mal seinen regenbogen drachen magnamut effekt sucht uns in der endphase einen drachen er macht eine linke schwörung zu unicorn unicorn zwingt uns jetzt unsere unser court by the grave zu aktivieren eigentlich wollte ich an der stelle testen ob wir damit den regenbogen über drachen negieren können denn regenbogen über drache sagt folgendes ganz ein kristallungeheuer monster kristallungeheuer monster ein friedhof verbannen diese karte erhält bis zum ende des spielzugs angespunkte des verbanden monsters ich nehme an darauf kann man es nicht schämen aber der zweite effekt ist interessant schnelleffekt das heißt kann auch in unserem spielzug aktiviert wenn du kannst diese als fusions beschworene karte als tribut anbieten mische alle karten auf dem spielfeld ins deck zurück hier ist interessant wenn er diese karte als tribut anbietet um den effekt zu aktivieren dürfen wir dann doch nachdem diese karte halt im friedhof landet weil sie sich als tribut angeboten hat fort bei the grave einsetzen um den effekt zu negieren das wäre nice darauf habe ich hoffe deswegen wollte ich diese karte behalten aber leider kommt albtraumritter einhorn und deswegen müssen wir die karte jetzt aktivieren haben sein total ungeheuer sobald adler damit das nicht verband für seinen effekt vom regenbogen überdrachen ist das einzige logische target hier der cherubini stört mich wenig er machte du garis du garis effekt damit sind seine pegasus im friedhof und die boosten sein regenbogen drachen overdrive ordentlich und er beschwört eine link beschwörung der stufe 4 das kann es anders sein als zugangsmodiers sprecher accesscode ist da accesscode kann zwei link karten im friedhof verbannen kommt mit 5000 angriffspunkten daher zerstört indem er cherubini verbannt unseren viel spell zerstört nicht indem er albtraum ritter einhorn benutzt unsere verdeckte karte oder unseren magnamot das wäre durchaus ein gutes play gewesen hefnis sollte er nicht machen sonst beschwören will kid kallis trinklage schiller würde dadurch mill effekte machen und abgeheuerlicher ruhe zu haben würde ein spezial beschworenes monster auf den friedhof schicken das heißt die kann dann nicht hoppen nun er greift an mit overdrive auf unseren abgäuerlichen du ist wohl anscheinend weiß er nicht was die karte wirklich macht und denkt sich ich mache jetzt richtig viel der mit schreien wenn ich mit 8000 ein 2500 angreife aber erinnere dich daran ruhe schick jetzt wenn das spiel verlässt ein speziell beschworenes monster auf dem friedhof und damit ist der regenbogen rafa overdrive erstmal weg gut er greift an mit zugangspodiersprecher auf unsere zehn klage der stirrer und aktiviert eine zauberkarte und beendet das hätte noch mehr sein können also er hätte hier durchaus in abgäuerlich magna mut zerstören können bloß den 14 bloß ergreift an unsere helfen es an oder unsere christi war geistert der tränenklage das heißt ursprünglich wären dann nur noch der tru ist wurm und der andere synchron auf dem spielfeld gewesen angriff synchron hätte ich dann geflippt an in dem moment um eine synchro zu machen mit dem ruhig wohnen damit wir sein overdrive wegbekommen dann hätte er wahrscheinlich sei overdrive gechained alle karten zurück ins deck aber ja hat er nicht gemacht das wäre wahrscheinlich das optimale play in seinem seine lage gewesen hat aber nicht gemacht und wir dürfen uns durch den effekt von abgäuerlicher mecknamurt ein drachen monster aus dem deck suchen und wir suchen uns gefallen davon albers overdrive müssen wir uns nicht mehr fürchten er kann nicht mehr karten ins deck mischen heißt hier normalen albers albers schickt unseren gerade gezogenen cross hat auf den friedhof fusion kontakt fusion mit dem gegnerischen monster ist extra deck monster zu spiegeljahr der eisling drache wer ist nur ein finsternes monster gewesen so hätten wir hier auch natürlich den lobellion machen können wir hätten auch so lobellion machen können aber ein lobellions effekt muss halt eine karte abwerfen und wir hatten keine handkarte mehr deswegen direkt in den spiegeljahr der drachen und jetzt können wir noch den angriff synchron flippen machen damit eine achter synchro zu dem draco beserker der tenji und könnten für 6000 angriffspunkte rein in den gegner hätten er hätte also noch 6000 ne stimmt gar nicht 6000 plus 1600 7600 schaden er hätte noch 400 life points und wir hätten den spiegeljahr der eisling drachen auf dem spielfeld der sein effekt aktiviert ein offenes monster vom spielfeld verbannen wir hätten den draco berserker der ein monster verband sobald es den effekt aktiviert deswegen werden wir zwei schöne disruptions gehabt und ja wir flippen den angriff synchron und unser gegner gibt auf ist jetzt nicht das optimale telemens play gewesen oder telemens synchro play war ein bisschen sehr stark um die ecke rum war mir albers synchro an der stelle aber ist die elements es gibt auch noch andere replays kommt vielleicht noch das sollte jetzt erstmal ein deck overview sein falls noch andere replays kommen um die als separates video und dann werde ich einfach erwähnen dass hier in diesem video die decklist zu finden ist die genaue decklist wo ich näher darauf eingehen ich verabschiede mich wir sehen uns das nächste mal bis dahin hallo und Untertitelung des ZDF, 2020